Das Hotel Monopol Luzern befindet sich direkt beim Luzerner Bahnhof in der Nähe von allen Sehenswürdigkeiten mitten im Stadtzentrum, wie das Kultur- und Kongresszentrum KKL oder der weltberühmten Kappelbrücke. Die Messe Luzern befindet sich mit der S-Bahn nur drei Minuten entfernt. Das historische Vierstellhotel Monopol, das zentralste Hotel der ganzen Stadt Luzern, ist eines der architektonisch faszinierendsten Hotels in Luzern. Aufgrund der Top-Lage beim Bahnhof Luzern und KKL ist das Hotel Monopol ein idealer Treffpunkt für Seminar- und Sitzungsanlässe, Bankette sowie für Besucher von KKL und Touristen aus aller Welt. Das Hotel Monopol wurde 1899 eröffnet. Die einzigartige, barocke, mit Hococco-Elementen bestückten Fassade aus Savonnierstein, die Säulen und Kapitellen, die eisernen, goldverzierten Balkongeländer und die wunderschöne Kupferkuppel verleihen dem Hotel majestätischen Glanz und Würde. Das Hotel wirkt wie ein pariserisches oder wienerisches Palais. Vom Bahnhof Luzern geht es direkt ins Hotel Monopol. Kein Taxi ist notwendig. Das Hotel Monopol verfügt über Einzel-, Doppel- und Treibetzimmer sowie Superiorzimmer und Junior-Suiten. Alle Zimmer sind mit Baddusche, WC, Haarföhn, Telefon, Minibar, Safe, Satelliten-TV und Satellitenradio sowie gratis WLAN ausgestattet. Führen Sie Ihr Geschäftsessen oder Ihre Familienfeier in einem unserer schönen Backetträume im ersten Stock des Hotel Monopons durch. Gerne organisieren wir auch Ihre Sitzung oder Ihr Seminar für 10 bis 30 Personen mit Konzertbestuhlung bis 70 Personen in einem ganz persönlichen Rahmen. Genießen Sie einen Trink hoch über den Lächern von Luzern am schönsten Aussichtspunkt von ganz Luzern in der gediegenen Lounge Bar Suite im 8. Stock. Und nun, liebe Gäste, freuen wir uns natürlich riesig, Sie im Hotel Monopol Muzern ganz herzlich begrüßen zu dürfen.